Hallo Leute, jetzt AllStayGaming. Ich möchte mich auch entschuldigen, dass ich den zweiten Boss verpasst habe. Das ist jetzt praktisch das Video vom dritten Boss. Ich würde es aber trotzdem aufnehmen, weil diese Bosse gibt es noch mehr als wie einmal im Turm. Ich möchte einmal, dass ihr wisst, wer Jindai ist und ich werde das Video später mal hochladen. Genießt es. Ciao. Und sie hat schlechtes Gehirn. Insofern, sie hat unglaubliche Visionen und kann sofort erkennen und identifizieren alle Fälle in ihrer Rang von Sight. Sie holt die Hände von den sie hat Vanquished und benutzt sie als Ammunition für die Rheilgun, die zu ihrer Stomach ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017